Die Lernziele im Grundlevel gliedern sich wie folgt. Die Sitzeinstellung mit den Punkten Setzhöhe, Sitzweite zu den Pedalen, Lehne und Kopfstütze. Der Punkt Spiegeleinstellung mit Innenspiegel und Außenspiegel. Der Punkt Gurt mit Gurteinstellungen und dem Gurtanlegen. Der Punkt Lenkrateinstellung, Haltung und Bedienelemente mit den Punkten Höhe, Lenkradhaltung, Blinker und Scheibenwischer. Das Thema Lenktechnik mit dem Punkt Übergreifendes Lenken. Das Thema Schalthebel mit den Punkten Schalthebelhaltung, Schalthebel erster bis sechster Gang, Schalthebelrückwärtsgang und Automatikhebel. Das Thema Pedale mit den Punkten Kupplung, Bremse und Gas. Das Thema Motorenlassen mit den Punkten Zündung und dem Anlassen des Motors. Das Thema Anfahren mit dem Punkt Kupplung, Schleifpunkt und Gas. Das Thema Hochschalten vom ersten in den sechsten Gang, sowie das Thema Herunterschalten vom sechsten in den ersten Gang und das Herunterschalten beim Abbiegen. Af Rogers zum ersten in den Vinuten Schalthebel geopolitisch. Das Thema Wollung, Schilfpunkt in den ersten Pretzien, wie das war vor dem Sinn. Kupplung, Schilfpunkt in denlinear lore. Und die Leute unterlegen. Das hätte zuГrenthisиin und weirdensformal hydrated ver Suzuki, was glaube ich wird nichticios gesagt.